Ich habe mich heute spontan dazu entschieden, meine Haare lila zu färben und sie zu schneiden. Natürlich mit einer Bastelschere, wie denn sonst. Ich hatte so Angst, dass es schief geht. Aber am Ende sah es dann doch gut aus. Weiter ging es dann mit dem Färben. Ich konnte mich nicht für eine Farbe entscheiden, also haben wir einfach zwei zusammen gemischt. Keine Ahnung, ob das die beste Idee war, aber wir werden es sehen. Weiter ging es dann in die zweite Tube. Ich dachte einfach, mein ganzes Gesicht wird lila. Das Ganze muss jetzt eine halbe Stunde einwirken. Der zweite Part kommt bald online, Freunde.